Huhu Leute! Willkommen zu Let's Play Together Series Samhade The First Encounter! Huhu! Wir sind auch immer noch in Luxor, aber ich denke wir werden uns langsam dem Ende des Levels nähern. Wir können ja spassalbe mal in die Statistik gucken. Es sind noch etwas mehr als 100 Gegner, die werden wir heute platt machen. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Secrets, wir haben schon mal 4 von 8, das ist schon mal besser als was. Wir werden jetzt hier den nächsten Room und werden jetzt hier derbe abruhlen. Abruhlen! Oh, hi! Oh, die waren ja ganz knapp geklungen! Viel Spaß! Sind die eigentlich alle hinter mir her? Weiß ich nicht! Die haben mich nicht gesehen! Hast du eigentlich auch geschossen? Ja, ich hab 2 gemacht! Du hast 2 gemacht! Hey! Ach, Rösche! Mal besser als nix, ne? Ja, ich bin gleich im Arsch! Bring mal hier runter, vielleicht ist da ein Secret! Nee, mach du! Ja, was? Du hast eh keine Armor! Stimmt! Ja! Geronimo! Tschüss! Oh! Ist echt ein Secret! Ja! Oh Gott! Leul! Wie du weißt! Was muss es da jetzt? Soll ich auch kommen? Muss ich kommen? Musst du nicht, nö! Aber dann hab ich alleine hier die 200er Armor! Oh! Ich komm! Ist da wirklich eine? Der guckte mal oben rechts! Oh! Tatsache! Was? Wieso bist du jetzt gestorben? Oh Mann! Hä? Da sind Spieße! Vielleicht funktioniert das Secret nur einmal! Oh fuuh! Geil! Wie behindert! Nee! Jetzt hab ich keinen Bock mehr! Wie, jetzt hast du keinen Bock mehr? Nee, das ist ja scheiße. Ich will jetzt allein weiter. Boah, böse. Ich hab'n Obelisten gefunden. Ich kann da doch auch nix für. Du wolltest, dass ich runterspringe. Ja. Komm mal her! Ich bin jetzt beim Amon Ra, diesen Obelisten da. Keine Ahnung. Ich hab grad so'n Obelisten, ich hab ne Katze hinaus, Obelisten. Ja, schade, dass ich das nicht bei dir sehen konnte. Ja, du kannst das aber ja noch sehen. Ja. Oh. Sehst du die Sequenz grad auch? Nee, oder? Was passiert denn? Ich hab' ich doch grad erzählt! Ich hab'n Obelisten hochgefahren und da ist so'n Signal... Ich dat seh' ich. ...dringstens drin. Und jetzt seh' ich den Weltall. Ach so. Weltraum. Weltraum! Weltraum! Inklusive eines Spaceships. Das ist das von Mentor. Mentor ist der Bösewicht hier in dem Spiel. Nee, Mental. Mental heißt der. Nicht Mentor, sondern Mental. Mental. Ach. Siehst du die Katze ihn jetzt auch? Okay. Tja. Hey, hi! Hi. Guck mal, ich hab' 200 Armor. Ah, finde ich. Und ich hab' noch einen ganzen Schuss in der Energieknarre. Jetzt hab' ich mehr. Toll. Den ganzen Tommy Gun Muni weg. Wieso kann ja keiner aufsammeln? Ja, das kommt davon. Ich hab' Topic Gun Muni voll. Das kommt davon, wenn man immer... Aua, hier ist was von hinten. Aua, hä? Was hab' ich denn jetzt kassiert? Versteh' ich gar nicht. Schleimiii! Oh, hier spawnen grad nur die dicken Viecher. Ich hab' gerade zwei Schleimis dort gemacht. Ganz alleine. Ich hab' mitgeholfen bei den zweiten. Nö. Nö. Das ist beleidigt. Ja. Ja, da kann ich doch nix zu. Doch. Was denn? Hab' sofort schon. Was? Du hättest das wissen können. Du hättest sich aber umgucken können, dass die Stacheln jetzt da sind. Ja, die waren gerade auch schon da, aber ich wurde kurz vor den Stacheln wegportelt. Ja, ich nicht. Gigi, Jojo, lala, let's go Geronimo. Let's fuck Geronimo. Da ist vielleicht ein Urwurm davon, ey. Warum? Also nicht, weil ich gerade Geronimo gerufen hab. Achso. So, wir sind jetzt gleich einmal außen rum. Guck, hier kriegst du auch ne Amor. Hier, kleine. Ich hab' ne Papierrolle gefunden, haha. Was hast du gefunden? Wo denn? Wo bist du? Hier hinten in der Ecke. Was hast du gefunden? Ne Papierrolle? Papierrolle. Analysiert hat er die. Eine Klopapierrolle. Dieser Papyrus berichtet über die heiligen Höfe in Theben. Die heiligen Höfe bestehen aus mehreren verbundenen Höfen. Die alten Ägypter verehrten dort ihre Götter. Es ist ein etwas seltsamer Ort. Die Archäologen sind sich einig, dass dort nichts ist, wie es scheint. Da ist wieder die Zeit, noch einen Grundsatz zu suchen. Geh besser direkt zur großen Pheromäne. Ganz schön. So, wo ist jetzt die Kackgrössung? Oh, hier ist die Papierrolle. Ganz hinten in der Ecke. Die hab' ich doch grad eingesammelt! Die grüne da hinten? Nein, die... Ja, die hab' ich schon. Sacred Yards. Papyrus erzählt über die Sacred Yards in Theben. Das hab' ich gerade vorgelesen. Meine Güte. Hab' du grad gesagt? Da ist ne Papierrolle! Ja, es ist aber keine Papierrolle, sondern Papyrusrolle. Du bist der Vorgänger von Papier. Ist mir egal. Wir haben hier schon Papierrolle. Klopapierrolle? Ja. Oh, hier gibt's Munition. Oh, hier gibt's hier Munition. Jetzt kommt unten auf jeden Fall irgendwas Dickes. Zu viel gegessen. Ach du Scheiße, was man hier alles kriegt. Gleich geht's rund, ey. Mach dich auf Wart gefasst. Ich hab' jetzt schon Angst. Ich hab' jetzt schon keine Lust mehr. Ich hab' jetzt richtig rund. Okay. So, dann mach dich bereit für den Endboss. Wie viele Gegner können denn maximal noch kommen? 100. Toll. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. We're ready for battle. Oh ja. Hat mal Analyzing hat er gerade gemacht. Ich bin ja nicht so ready. For Angst. The spaceship is on its van. We must hurry to the Great Pyramid to catch it. Du musst vier goldene Angst finden. Und sie auf den vier Altaren in der Mitte dieses Platzes platzieren. Ach nee. Nicht ernsthaft. Also wie mit den Oasensacken. Also wie mit den Oasensacken. Oder haben wir diese vier Angst schon? Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben nur den Krams da von vorhin gehabt. Okay, dann let's get ready for battle. Ach, du rennst einfach runter, ne? Jo. Fährst du, wenn wir jetzt hier runter gehen, kommen wir nicht mehr zurück. Okay, los geht's. Viel Spaß. Ich helf dir von hinten. Boah. Böse. Können wenigstens keine Pferde zu mir. Toll. Wehe, du unterstützt mich nicht anständig. Da kommt eh nix, wenn ich nicht auch unten bin. Kann sein. Sag ich dir. Mir hieß doch sonst nix. Ich warte, bleib mal oben noch. Jo, ich spring hier nicht freiwillig runter. Oh no no. Ha! Man kann das kaputt machen. Was kann man kaputt machen? Hier oben, das Licht. Na hier ist sonst nix. Du musst glaube ich runter kommen. Och. Ich seh da was. Wo siehst du was? Hier. Keine Ahnung wo du bist, aber... Ich bin hier oben. Komm mal zu mir. Hallo, hier oben, hier oben. Ich dirigiere dich von hier. Ich seh nämlich n' Gold an. Achso, okay. Da nämlich. Wenn du jetzt nach dem... Links gehst. Und dann geradeaus... Da. Hä? Ich halte die großen fetten Viecher vom Leibe. Okay. Kann dir leider nicht die Pferde vom Leibe halten. Ich schon. Gut. Sind jetzt nur noch Pferde. Oh, da ist n' Laufi. Ist vielleicht nicht so schlau, dass ich für die Pferde meine Minigun-Munition alle mache. Ne, nimm lieber die Schrotti. Die Schrotti. Da sind doch welche. Guck, ich helfe dir doch eigentlich mit. Guck mal, da ist irgendwo ein Skorpion. Such den meiner Mitte. Hab ich gefunden. Ich mach ihn weg. Schon weg. Sehr gut. Da kommen noch Pferde, Achtung. Ja, ich seh's. Da kommen ganz, ganz viele. Ja, ich seh hier ein paar mehr. Ich helf mal mit. Ja, ich seh sie. Kommen alle zu dir. Ja? Weil ich sie auch angreife. Okay, gut. Ich seh das nächste Goldang. Wo ist es? Hier in der Mitte. Oh, ne, hier kann ich's nur platzieren. Okay. Noch drei Pferde, Achtung. Hier ist irgendwo ein Skorpion gespawnt. Aua! Ja. Bullets. Meine Laserkaner ist bald alle. Selbst Mordis? Ja, selbst Mordis. Die hau ich mit der Pistol weg, wenn ich sie dann sehe. Meins sieht von hier oben gar nicht immer was an, das da unten soll. Sollen kommen noch runter? Nein. Bin das hier oben ganz chillt eigentlich. Ich wollte ihn aufstreffen. Da hab ich eigentlich nicht mehr so viele Lebenspunkte. Da ist ein Pferd, Achtung. das Po-Raus. Das ist eine Pferd. Das ist eine Pferd, Achtung. Okay, nice. Jetzt muss man das nächste Arkt finden. Ich seh da hinten noch was, wo ich glaub, dass ich keine... Ah, ich seh's. Mach dich bereit. Oh, warte, 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 ich muss erst wissen, wo du bist. Stemm, außen links. Ich seh dich nicht. Aber ich schätze, du hast es eingesammelt. Schätze ich auch. Da kommt ganz viele Skorpione. Oh ja, richtig viele Skorpione. Ach du Scheiße. Ui! Scheiße. Ey, wie die Pferde alle auf mich gehen. Ach, die Pferde gehen alle auf dich, klar. Ja, die schmeißen die ganze Zeit ihren Fernkrampf scheiße auf mich. Oh, ich renne da noch voll rein, ich Idiot. Das wär jetzt richtig schlecht von mir. Wo bist du reingerannt? Ich hab nur das getrappelt. Aber ich find unsere Taktik sehr super. Ich nehm so. Wie ich eben in den Lauf gezielt hab und das hat voll funktioniert. Was denn? Da liegt doch ganz viel mit Leben. An das komm ich zum Beispiel nicht ran. Wenn ich hier oben verrecke, hab ich ein Problem. Ja, du kannst ja zur Not immer mal runterkommen. Dann muss ich leider runter. Aua! Da ist noch ein Skorpi. Da ist noch ein Skorpi. Ui! Aber du kannst gar keine aufsummeln. Weil du deine Super 200er hast. Ja. Ups, scheiße. Aber ich dachte ich hätte die Shotgun in der Hand. Ich hab's gefunden. Ja. Hier ganz rechts. Bei dem ganz außen. Hier. Auf meiner Seite. Genau. Ja. Ja. Ich hab mir das nicht eingebildet. So. Der Schleimbeimi ist nicht mal zum Zucht gekommen. Achtung! Da kommen noch ganz viele... Dass überall Schleimibeimis kommen müssen. Ja. Da hinten ist noch einer. Ich wüsst gern mal wieviel die aushalten. Wieviel Raketen insgesamt. Also nach fünf sind sie definitiv tot. Weiß nicht. Da ist noch einer. Ich hol den weg. Oh, da oben. 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 Guck mal nach oben. Ich glaub nach drei sind sie auch tot. Woah. Wo kommt das denn jetzt her? Oh, von da unten. Fuh ju. Nein, meine Raketenwerfer ist alle. Mir geht langsam die Munition aus. Äh, Quatsch. Die Rüstung und die Lebenspunkte aus. Und die Raketenwerfer-Munition. Wo? Meine auch. So. Meiner geht mir fast leider alle. Ja. Hä? Ich? Ja du, wenn das hinten irgendwo hinter einer Seite versteckt ist sehe ich das ja nicht. Aber ich guck mit, falls ich sehe. Ah, hier liegt jetzt ganz viel. Sehr gut. Ey, ja, da spawnt immer ganz viel. Das spawnt immer ganz viel. Oh, die kommen von hier. Ja, die kommen irgendwie von oben. Wieso? Und wieso ist... AHHHHHHH. Eindlich hast du auch mal was zu tun. Nein. Oh nein. Oh nein, spawne ich direkt wieder hier. Mach die Dicken kaputt. Bitte. Fuuuck. Ja du. Ich versuch's. Ist hier irgendwo noch Dicke? Ich seh keine Dicken mehr. Du bist jetzt auch runtergesprungen. Rum. Ja. Da oben stand doch so viel. Ich bin da gar nichts anderes übrig geblieben. Oh. AHHHHH. Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen mit den Pferden. Nimm was Dickeeres dann. Nimm Raketen-Elf oder so. Der ist alle! Ist natürlich negativ. Oh, geht weg! Alles klar. Ist doch easy. Spawnen die einfach da oben bei mir. Ja. Wo ich mich so schön ver... 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 Versteckt hab. Ja. Ah, ich hab das letzte Hang gefunden. Dafür hab ich ein Paket mehr gefunden. Nein, vollschüss! Oha, wo? FAKJEEN! Ich hab nur gerade Lecks. Wieso leckt es eigentlich bei mir, wenn es bei dir leckt es? Und mir. Ich hab nur gerade Lecks. Wieso leckt es eigentlich bei mir, wenn es bei dir leckt es? Wenn mir leckt er gerade nicht. Ah! Bäh! Gehen die mal alle auf mich, ey, Säue! Mistviecher! Hast du den letzten Scheißdings da schreien? Dann lässt du das. Ja. Anc. Wir müssen jetzt nur noch hinsetzen. Hä? Achso. Sind jetzt überall, okay. Ach, jetzt ist die Tür auf. Cool. Ist aufgegangen. Schnell rein! Wird das Ende vom Blubber. Tatsache. Nur drei Gegner fehlen uns. Und drei Secrets. Ja, siehste. Okay. So, wo kommen wir jetzt hin? The Great Pyramid. Äh, die große Pyramide. Wir sind jetzt ganz nah an der großen Pyramide. Sie ist das Ziel unserer Reise. Alle meine Sinne spielen verrückt und ich glaube, dass etwas Gewaltiges passieren wird. Aber ich weiß nicht was. Ich spüre leichte Erschütterungen. Vielleicht ein schwaches Erdbeben. Bestimmt kein Grund zur Sorge. Ich kann dir nur raten, zur Pyramide zu rennen. Aha. Okay. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, wir machen jetzt hier Pause, denn mein Weck hat wieder geklingelt. Und ich gucke gerade noch mal Spaß aus, wie viele Gegner dieses Level hat. 714. Na gut, dann wird das nächste Level wieder groß. Aber ich glaube, es ist sogar das letzte, was jetzt kommt. Aber wir verabschieden uns jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann demnächst wieder mit Let's Play Together. Series Sam Hardy, The First Encounter. Tschüss. Jo, bis denn. Tschüss. Tschüss.